In der heutigen Folge plaudern wir darüber, was es bedeutet, sich voll und ganz auf die Liebe, das Leben und auf Beziehungen einzulassen. Warum wir die Kontrolle abgeben dürfen, was das mit Loslassen zu tun hat, weshalb wir dir empfehlen, dir nichts zu scheißen und wieso es dir als Single durchs Einlassen viel leichter fällt, den Richtigen zu finden, hörst du heute hier bei uns. Udo Naukert Der Podcast von und mit Lila Sauerschnick und Stefanie Scharawieger Zwei psychologische Beraterinnen und engste Busenfreundinnen reden schonungslos ehrlich und mit einer guten Portion Wiener Schmäh über Liebe, Sex, Dating und Männer. So, als wären sie allein. Deeper als Deep Dog Udo Naukert Herzlich willkommen zum Budel Naukert Podcast. Du hörst die wunder, wunder, wundervollste Stimme von Steffi und Lilli, aka Lila, Lissi, was auch immer. Und wir freuen uns riesig, dass wir wieder hier zusammen sein dürfen. Heute wieder mit unter Anführungszeichen normalen Stimmen. Ohne Flüstern, bist du sicher? Wobei, Flüstern war auch schon leibend. Du meinst schreien. Du meinst schreien, wirklich. Also wir freuen uns auch sehr an dieser Stelle, dass unser Flüster-Podcast, der letzte, so gut angekommen ist, weil ich muss wirklich auch sagen, wir haben das ja auch ganz neu probiert. Wir haben ja gewusst, wie das ankommt, was passiert, kämmert das überhaupt? Es kommt da raus. Haben wir ein Talent fürs Flüstern? Können wir wirklich gut ins Mikrofon flüstern? Können wir das Gefühl so vermitteln, dass es genau im Herzen wieder ankommt? Und ja, wir können. Es hat funktioniert, Gott sei Dank. Es hat uns auch riesig Spaß gemacht. Ich glaube, das ist immer das Größte, wenn es uns Spaß macht, dann kommt das Beste dabei aus. So schaut es aus. Und wir haben einfach wirklich sehr, sehr viele und sehr schöne Rückmeldungen bekommen. Dafür sind wir sehr dankbar. Heißt auch für uns, es wird sowas wieder geben, gell, Steffelan? Würde ich sagen. Vielleicht brauchen wir dann so ein bisschen Haarebürsten ein, Klopfmassagen. Keine Ahnung, Schmerzgeräusche, Rollenspiele. Wir haben schon viele Ideen gehabt, man kann so viele Geräusche machen. Aber wir wissen nicht genau, ob das dann entspannend ist, gell? Wenn wir ein bisschen reinfurtzen oder so. Das wäre wahrscheinlich auch mal was anderes. Ein Flüster-Furz-Podcast vielleicht. Ich bin mir sicher, der kommt gut an. Also zumindest Klicks hätten wir. Ob sie Leute fertig anhören, ist die Frage. Aber ich glaube, wenn wir reinklicken, muss immer jeder. Das geht so aus. Ja, da werden wir sicher hochgerankt. Das ist fix. Wie geht es dir, Steffelan? Alles okay? Ja, super. Das bisschen Ruschi ist heute. Ich habe mir jetzt schon gerade meinen Badeemantel über einen Pullover anzogen. Heute ist es wirklich scheißkalt. Also was da jetzt los ist und bei uns da in der Altbauwohnung, da kriegt es dann halt schon ein bisschen eine. Aber es ist alles, haltet die Haut frisch und jung und glatt und straff. Wir halten es eh wieder einen da im Podcast heute. Da gibt es eh wieder was. Das ist einmal fix. Das ist fix. Alles palettig. Na super, gefreut mich, gell? Na gut, und schau dir so. Na, alles in Ordnung. Ich freue mich schon auf die heutige Folge. Ich auch. Sehr, 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 weil zu diesem jetzigen Zeitpunkt hat die Stefanie nämlich wieder mal keine Ahnung. Wir haben uns wieder gedacht, wir machen es mal wieder so. Kein Flüstern mehr und jetzt wieder normal und vor allem Überraschungs, mit Überraschungseffekten. Bin gespannt. Und der Titel steht ja jetzt schon fest und ich überlege, ob ich eine große Einleitung dazu mache oder dir den Titel einfach sage. Absoluter Herzklopf, das ist so aufregend. Eigentlich ist nichts, aber... Ja, ich verstehe es eh. Ich bin da auch immer komplett aufgeregt und irgendwie so. Aber das passt auch gut zu dem Thema. Das taugt mir eigentlich. Weil, in Wirklichkeit, ich mache eine kurze Einleitung für dich, Steffi. Danke. Und zwar ist es ein Thema, das wir in den letzten Tagen, finde ich, lustigerweise intensiver besprochen haben. Nicht so wirklich bewusst, aber mir ist es irgendwie heute, das war ein spontaner Einfall heute in der Früh. Und haben wir gedacht irgendwie, es ist halt so wahr. Ja, weil hinter diesem Thema für mich ein absoluter Schlüssel steckt, finde ich drauf kommen und ich weiß auch für dich auch, weil darüber haben wir auch gesprochen, wenn es um die Liebe geht und wenn es um Beziehungen geht, um erfüllte Beziehungen und ums Leben an sich und um ein erfülltes, bullnockertes Leben. Und wir teilen ja sehr viele Schlüssel in unseren Podcast-Folgen, aber ich finde einen und den würde ich gerne heute mit dir planschneiden. Auch zum Thema, wie soll ich sagen, Single sein und den richtigen finden. Das stecken nämlich auch da drinnen viele Schlüssel. Würde ich gerne folgendes Thema mit dir besprechen. Steffi, schaff ich mich schon groß anspricht. Bitte sagst du einfach, ich saß nicht so aus, das Ganze. Also der Titel lautet wahrscheinlich, also davon gehe ich jetzt einmal aus, wie lasse ich mich auf die Liebe ein? Oh schön, oh schön. Und zwar, um noch ganz kurz weiter zu quatschen, habe ich mir gedacht, dass wir zwei Lustigen in der letzten Zeit sehr oft über das Einlassen gesprochen haben, was es bedeutet, sich wirklich auf etwas einzulassen. Haben wir auch vor kurzem in der Story erst gepostet, dieses Thema, wenn du dich aufs Leben einlässt, auf die Liebe, auf dich selbst, wirst du wirklich sehr groß beschenkt. Weil du dann im Flow bist, es fließen lässt und vor allem dem Leben total vertraust. Und ich finde eben, dass es da auch zum Thema Single sein und den richtigen finden extrem viele Schlüssel gibt beim Thema Einlassen, weil sicher eines der großen Blockaden, denke ich, ist auch, dass man sich nicht ganz einlassen will oder kann oder wie auch immer. Ja, aber auch zum Thema, haben wir das heute noch rausgeschrieben, noch ganz kurz und dann übergebe ich das Mikrofon sehr gerne und freue mich schon auf alle Impulse. Weil ich mal letztens gedacht habe, weil wir das auch gerepostet haben, unseren Beitrag zum Thema, der Richtige ist auf anders als gedacht. Ist doch eigentlich, oder eigentlich nur eigentlich, ist eine der beliebtesten Folgen. Und spannenderweise finde ich, ist es auch immer so, wie soll ich sagen, wenn dieser Satz ausgesprochen wird und es kommt dann jemand, der sagt, ja, ich habe den richtigen gefunden und der ist anders als gedacht, steckt immer noch dahinter, finde ich, so als ersten Schritt. Man hat sich einfach einmal darauf einlassen, auf einen Menschen, der vielleicht, keine Ahnung, gar nicht dem Beuteschemen spricht, vielleicht ganz anders ist, vielleicht einmal, keine Ahnung, was anderes auslöst als beispielsweise der Bad Boy oder so, aber indem ich mich einlasse auf einen anderen und in Beziehung gehe und mich darauf einlasse, dass egal, was kommt, das ist richtig, was ist, hat man echt viele Chancen, auch den richtigen zu finden, beziehungsweise den auch zu erkennen, weil er dann anders als gedacht war. Und deswegen habe ich mir gedacht, ist das das perfekte Thema, weil es, glaube ich, irrsinnig viel, weil wir da viel mitgeben können, weil da, glaube ich, irrsinnig viel heute rauskommt von uns beiden, dass man einfach sich mitnehmen kann in allen Lebensbereichen. Was sagst du dazu? Ich liebe dieses Thema. Monolog Ende. Super. Also es war eh klar, dass da, dass du mir jetzt wieder was richtig Cooles unterbreitest, war sowieso klar, ich bin deinem vollsten Vertrauen, habe ich dir eh vorher gesagt. Und ich finde das wirklich cool, das Thema, auch, ich finde es witzig, auch, weil ja heute in der Story haben wir es ja auch schon wieder, das Wort Einlassen eingebaut, sozusagen, weil es halt einfach so viel macht, dieses Einlassen. Und dieses Einlassen beginnt ja bei uns selbst, Überraschung. Also auch, wie sehr kann ich mich dann auf einen anderen einlassen, wie sehr kann ich mich auf einen Menschen einlassen, der vielleicht, so wie du sagst, nicht dem Beuteschema entspricht oder nicht meinen Kopfforstellungen entspricht. Aber um dort mal hinzukommen, darf ich mal lernen, mich auf mich selbst einzulassen. Und da hapert es ja oft schon mal. Das ist richtig, ja. Da hapert es ja schon mal auch, ich bringe jetzt einfach ein paar so Beispiele, die uns halt immer wieder unterkommen. Das sind ja auch so Dinge wie zum Beispiel der Flüster-Podcast letzte Woche. Ja, deswegen kam ja auch das. Und der Großteil der Frauen war voll drinnen, hat sich voll eingelassen. Und dann gibt es ein paar Vereinzelte, die einfach sagen, na, wie zum Beispiel, könnt ihr den bitte auch ohne Flüstern aufnehmen? Kam ja auch ein Kommentar, na, können wir nicht, bei aller Liebe, nein, weil das ist eine ganz eigene Energie und alles. Und es geht einfach darum, du hast die Wahl. Du kannst auch dich trotz Widerstand mal darauf einlassen. Trotzdem, du vielleicht denkst, ich mag nicht ins Ohr geflüstert werden, lass dich mal darauf ein. Und dann kamen auch wundervollste Nachrichten auch so, boah, am Anfang dachte ich, weiß nicht, ob das das Richtige für mich ist. Und dann habe ich es mal ein zweites Mal angehört und auf einmal ging mir das durch und durch und Tränen sind geflossen. Und genau das ist der Moment des Einlassens. Trotzdem oft, das ist einfach so, und so ist es dann auch bei Männern, die wir kennenlernen. Da ist vielleicht mal ein Widerstand da, weil er vielleicht, ich nehme immer das banale Beispiel, aber es ist einfach so ein gutes Beispiel, zwei Zentimeter kleiner ist als ich oder auch nur zwei Zentimeter kleiner ist, als ich es mir vorstelle. Ich bin 1,60 und der ist 1,75, aber ich möchte einen, der 1,77 ist. Und lass mich dann nicht ein, weil ich einen Widerstand verspüre. Und genauso ist das auch bei dieser Podcast-Folge als gutes Beispiel. Man spürt vielleicht, ich weiß nicht, eigentlich mag ich kein ASMR oder keine Ahnung was, aber da ist so viel Potenzial drinnen, so viel Liebe für dich drinnen. Lass dich mal darauf ein. Und auch zu spüren, okay, da ist ein Widerstand. Dieser Widerstand zeigt mir ja auch, hallo, da darf ich mal wohin schauen. Hallo, da gibt es noch Wachstumspotenzial. Es geht ja nicht nur um die Flüsterfolge, sondern grundsätzlich um all diese Widerstände, die da sind. Es geht teilweise, würde ich fast sagen, auch um unseren ganzen Podcast. Ich habe mir das nämlich auch aufgeschrieben erst vor kurzem, weil ich mir gedacht habe, auch, weil wir darüber gesprochen haben, auch bezüglich unseres Buches. Ich meine, wir haben ja sehr viele Theorien wir zwei oder Meinungen oder was ich nicht, Einstellungen zum Leben, die oft anders sind als andere. Ja, das ist halt einfach, egal um was geht, es kommt natürlich oft, oder oft, man spürt halt oft so dieses, hä, das habe ich jetzt so noch nie gehört und diesen Widerstand, den du auch gerade angesprochen hast. Und wir stehen ja auch beide im Leben dazu, die Wahrheit auszusprechen und danach zu leben, aber natürlich auch ist das einer unserer Werte in dem Podcast, Budelnacker zu sein. Und natürlich gibt es da draußen jemanden, Menschen, die sagen, hä, da passiert was mit mir, wenn ihr sowas sagt. Und einer geht auf Widerstand, will uns gar nicht mehr mehr, oder lasst sich eben voll drauf ein und dann geht es los. Und das ist ja das Spannende. Und deswegen würde ich auch fast sagen, dass es immer wieder Folgen gibt und das taugt uns ja so sehr, wo wir aufrütteln können. Und das wird im Buch auch so sein. Es werden dort Zeilen stehen, an denen sich manche denken wird, das habe ich noch nie in meinem Leben gehört oder das macht was mit mir. Und dann, so wie du sagst, hast du die Wahl. Nehme ich das an oder stoße ich es ab? Und das ist oft so im Leben. Das Leben schenkt einem sehr oft Möglichkeiten und Chancen, etwas anders zu machen, anders zu denken, anders zu fühlen. Und es liegt immer an uns selber, dass wir das dann auch nutzen und da auch uns drauf einlassen, dass wir dann auch, wie soll ich sagen, beschenkt werden oder beziehungsweise uns vertrauensvoll fallen lassen dürfen. Weil es passiert nichts in Wirklichkeit. Geht ja auch dann um den Prozess, der dadurch ja ausgelöst wird. Wir stoßen ja mit unseren Gedanken und mit unserem, wie soll ich sagen, offenen Aussprechen von Dingen und auch mit dem zu unserer Meinung stehen, stoßen wir ja was an. Wir wollen ja was anstoßen. Also der Podcast ist ja, wir reden da nicht rein und wollen einfach, keine Ahnung, warme Luft aus unserem Körper rauslassen. Nicht nur aus dem Körper, sondern aus dem Mund. Manchmal passiert es. Kann man auch nicht kontrollieren. Kann man nicht kontrollieren. Nein, das wollen wir natürlich schon auch, aber der Obersinn ist nicht, dass einfach nur heiße Luft aus uns rauskommt, sondern wir machen diesen Podcast ja, weil wir bei unseren wundervollsten Zuhörerinnen, also bei dir, schönste Frau, ja was auslösen wollen. Wir wollen dich ja weiterbringen. Wir wollen dich ja wachsen sehen. Wir wollen deine Heilung miterleben. Wir wollen ganz bewusst Prozesse anstoßen, weil wir natürlich auch aus persönlicher Erfahrung und auch aus Erfahrung, aus jahrzehntelanger Arbeit mit den Menschen wissen, was diese Prozesse ja verändern und bewegen. Und genau dahinter passiert ja genau dieser wundervolle, weiß ich nicht, dieser Eingang ins Schlaraffenland passiert ja hinter diesem Prozess. Während des Prozesses geht es schon auf und dahinter steht dann plötzlich das Paradies. Da ist dann die Leichtigkeit, da ist dann die Liebe, da ist die Freude, da ist die Fülle, da ist der Richtige. All das passiert ja da, dahinter. Dahinter passiert diese erfüllte Liebe dann. Und genau das ist unser Wunsch, dass wir damit ganz viel auslösen, wachrütteln, aufrütteln, all diese ganzen Dinge. Und ich habe immer die Wahl, wie lasse ich mich darauf ein? Und der Großteil unserer Frauen sind deswegen so bei uns und lieben uns so sehr, weil sie genauso so ticken wie wir, weil sie geil drauf sind auf das große Ganze, geil drauf sind, was es da noch alles gibt. Und dann gibt es halt ein paar, die einfach einen Widerstand haben und da laden wir einfach ein, geh mal drüber über den Widerstand, lass dich drauf ein, lass dich auf dich ein, lass dich auch auf uns ein, lass dich auf deinen Prozess ein. Und wenn du da bist und sagst, ich schau mir das alles an, genau da gehen ja dann die Türen auf. Und da passiert dann das, wo du sagst, wo dann plötzlich ein Mann dasteht und das sind dann auch wirklich, wie soll ich sagen, man ist plötzlich aus dem Muster draußen und plötzlich zeigen sich andere Männer, zeigen sich plötzlich viel, wie soll ich sagen, das ist ein blödes Wort, mir fällt nichts anderes ein, aber hochqualitative Männer. Die sich auch einlassen wollen. Ja, genau das ist. Und die auch bereit sind, sich auf eine Frau voll einzulassen. Die wirklich nicht, was ich nicht, das Modepuppel will, die ausschaut wie ein Model, sondern das sind dann die echten Männer, die eine echte Frau wollen, die bereit sind, sich auf eine vollkommen ernsthafte Beziehung einzulassen, die bereit sind, sich auf eine Frau einzulassen. Genau das öffnet mir, genau diese Tür öffnet sich ja durch dieses Einlassen, durch dieses Ich lass mich auf mich ein, öffnet sich die Tür auch, dass ich Männer anziehe, die bereit sind, sich voll einzulassen. Ganz genau. Auch, ich möchte nämlich auch aufgreifen dazu, das hatten wir auch erst vor kurzem wir zwei besprochen, das Thema Standards. Da mal kurz reinzunehmen auch in das Thema, weil nämlich auch, das hast du heute schon so schön angesprochen auch, aufgrund zum Beispiel von Standards, die aber, ich möchte es gleich betonen, gar keine sind, blockieren wir uns auch sehr oft, uns einzulassen auf einen Menschen, der anders ist. Ja, weil wir hatten erst vor kurzem einen Beitrag in der Facebook-Gruppe und da ging es darum, dass eine Frau einen Mann kennengelernt hat und man fühlt sich richtig schön an und es ist alles so lustig und so leicht und da, 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 aber es gibt leider ein paar Dinge, die nicht so gut passen. Unter anderem war es zum Beispiel, ich weiß nicht mehr genau, der Ernährungsstil, glaube ich, die Einrichtung, der Einrichtungsstil oder die sportliche Aktivität. Ich nehme jetzt irgendwelche Beispiele, weil es halt sehr oft vorkommt, nicht nur in diesem Beitrag, sondern generell und dadurch erlegt man sich, sagen wir mal, Pseudo-Standards auch auf. Ich spreche es jetzt einmal so ehrlich aus, weil das sind ja keine Standards in Wirklichkeit, sondern man macht sich da eher gefühlt, baut man sich sehr oft auch Schutzmauern dadurch. Und ich finde es ist mir wichtig, auch dieses Thema mal anzusprechen. Erstens einmal, dass man wirklich auch immer wieder hinspüren kann und soll, was ist denn wirklich mein Standard, weil in Wirklichkeit auch, wenn ich mir das dann so auferlege und es dadurch blockiere, dass ich einen Menschen kennenlernen kann, aufgrund dessen, dass er vielleicht jetzt nicht so wohnt, wie ich es gern hätte, dann blockiere ich mich wirklich auch generell davor, den Richtigen in mein Leben zu lassen, so wie du es auch schon angesprochen hast. Und vor allem blockiert man sich, und das ist auch so spannend, das kann ich auch persönlich sagen, da einen Menschen kennenzulernen, der mir vielleicht einmal ganz was anderes vom Leben erzählt, als was ich bis jetzt kenne und auch mir mitnehmen kann. Es sagt ja auch keiner, dass in der Beziehung dann irgendwie da alles gleich schwingend sein muss, im Sinne von, wir sind beide sportlich, beide ernähren uns gleich, beide da, 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 da. Beziehungen kann extrem unterschiedlich sein, extrem unterschiedlich. Aber wichtig ist, glaube ich, auch, und das ist halt das, was ich auch mitgeben mag oder wir, dass man sich davor nicht blockiert, nur weil vorher schon Unterschiede da sein könnten. Lass dich auch, und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, auf Unterschiede ein, auf Menschen, die anders sind, auf Andersheit, wenn das jetzt ein deutsches Wort ist, aber genau das, um das Feld nochmal zu öffnen und dem Leben auch zu sagen, okay, ich bin bereit für das Richtige, obwohl ich, wie soll ich sagen, erstens mal nicht genau weiß, was das ist für mich und zweitens, ich dadurch die Kontrolle loslassen kann und soll. Und da macht es ja dann manchmal sehr oft Angst. Also es ist ja richtig, mal gut hinzuspüren, was wirklich für mich wichtig ist. Und das heißt ja wirklich auch nicht, dass man sich auf respektlose Typen einlassen soll oder auf ehrlose Ghoster einlassen soll oder auf Brösel. Das ist klar, das ist ein Standard. Das ist, respektvolles Verhalten ist ein Standard. Standard, konsequentes Melden ist ein Standard in dem Sinne. Aber ob der jetzt sportlich ist oder sich so ernährt oder so die Wohnung eingerichtet hat, das ist kein Standard. Und das ist ganz wichtig, weil das ist das, was uns oft blockiert, dass wir einfach diesen Menschen noch ins Leben lassen können. Das ist so wichtig, was du jetzt gesagt hast und gut, dass du auch mich da an diesen Beitrag erinnert hast, weil der hat schon bei mir auch was ausgelöst. Also das ist schon, wo ich mir auch gedacht habe, bitte lass dich ein. Es ist komplett wurscht, wie der seine Wohnung einrichtet oder wie der sich ernährt oder keine Ahnung was. Das ist, also mich und ich als Beispiel, wir sind grundverschieden. Wir haben als Basis die gleichen Werte, die uns wichtig sind. Familie, wie stellen wir uns unsere Beziehung vor, wie fühlen wir uns geliebt. Und all diese Geschichten, da sind wir komplett konform. Aber alles drumherum ist bei uns ganz anders. Es ist immer, wenn der eine sagt, warst du nicht grün, kannst du sicher sein, hat der andere schon gesagt blau. Wenn der eine sagt, keine Ahnung, beim Twin, ich glaube, das habe ich eh schon mal als Beispiel gebracht. Der eine will das Orangene, der andere will das Grüne und der andere will es nicht. Der eine will das Spiegelei, wo es mehr durch ist. Ich will das Spiegelei, was nicht so durch ist. Es ist, wir haben unterschiedliche, also es ist egal, was es ist, es ist alles unterschiedlich in Wirklichkeit. Auch Oliven, wie wir gestern besprochen haben. Es gibt einen, der mag Oliven und einer mag keine Oliven. Also falls man das nicht kennt, das ist das Olivengesetz. Haben wir das schon mal gesagt? Ich weiß es nicht. Haben wir schon mal gesagt, aber ich weiß es nicht, was schon ewig ist. Das ist angeblich in jeder Beziehung so, aber wenn man das durchfragt, das ist meistens wirklich so. Aber genau um diese Dinge geht es. Und da tut man das so leid, weil man denkt, fuck, wegen dem Schatz, der überhaupt keine Bedeutung hat, überlegt sich jemand wirklich nicht weiter in diese Beziehung zu gehen. Und so wie du sagst, das kann dann nur ein Schutzmuster sein. Da kann, also da dürfen wir dann wirklich uns dann auch nochmal anschauen, wo blockiere ich denn da und warum blockiere ich denn da und was rennt denn da noch bei mir? Und da sind wir wieder beim auf mich selbst einlassen. Ich darf mir das anschauen, wo es da bei mir noch hakt und hapert in Wirklichkeit. Und das sind die Dinge und es geht auch ganz viel um, wir sind dann auch viel zu sehr im Kopf und es geht vielmehr auch ums Einlassen auf das Hier und Jetzt. Ganz genau. Wie fühle ich mich mit dem Mann und nicht? Wie ist es dann, wenn ich meinen Sport machen möchte und er aber vielleicht nicht so sportlich bin? Da bin ich irgendwo im Zukunftsszenario. Und genauso für solche Dinge, Beziehung ist ja auch viel Kompromissbereitschaft. Und wenn einer nicht gern Sport macht und der andere nicht, dann darf man sich da auch einfach einen guten Weg finden. Was mache ich während mein Partner zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn der jetzt ins Fitnessstudio geht und ich mir denke, das ist meine gemeinsame Zeit und ich möchte gern die Zeit, was mache ich denn? Darf ich mich um mich selbst kümmern bitte? Und ein eigenes Leben haben. Legen wir ins Bett und tragen viel mehr auf. Beispiel. Ich kenne das gut. Aber es geht wirklich auch um die Bereitschaft, sich aufs Hier und Jetzt einzulassen. Das ist ganz wichtig, ja. Und sich nicht von irgendwelchen Zukunftsszenarien steuern zu lassen oder viel zu sehr in der Vergangenheit zu sein oder sonstiges, sondern was ist jetzt? Und darauf darf ich mich einlassen. Und genau dann passiert nämlich auch, überraschenderweise, ganz viel persönlicher Wachstum. So ist es. Auf dieses Einlassen. Beziehung, überhaupt, ich würde fast sagen, auch erfüllte Beziehung zu leben, bedeutet sich einlassen zu können. Und auch, ich glaube, auch diesen Menschen dann zu sehen mit seiner Andersheit, sage ich jetzt einmal. Ich habe ja auch in die Beziehung viel mitgebracht, wo viel anders war, als was der Vater gekannt hat. Und Unglückkeit genauso. Gegenseitig haben wir uns aber darauf einlassen. Da haben wir uns gedacht, ah, aber ich möchte den Menschen. Ah ja, der Mensch ist es. Oh, mein Herz sagt ja, mein Herz sagt ja, mein Herz sagt noch immer ja. Egal, wie viele Unterschiedlichkeiten es gibt oder wie viele Gemeinsamkeiten, das ist gar nicht so relevant. Die Grundbasis ist wichtig, so wie du es gesagt hast auch. Und das in dieselbe Richtung schauen und in dieses, wir möchten uns beide mehr kennenlernen. Auf ganz schöne, respektvolle und auch menschliche, normale Art und Weise. Mit ganz viel Liebe auch natürlich in dem Ganzen. Und wenn das steht, vergiss alles drumherum. Wirklich. Man kann sich immer da finden und man kann, wie gesagt, man kann dann die erfüllteste Beziehung leben ever, wenn man sich voll dazu entscheidet, sich einzulassen. Auch auf Widerstände vielleicht oder etwas, das der Partner auslöst oder irgendwie es zum Wackeln kommt. Man darf sich darauf einlassen und sich da voll vertrauensvoll auch einlassen. Ich glaube, Vertrauen ist da das A und O auch in dem Ganzen. Immer wieder. Sie ist ja auch, wenn du das so sagst, da wird mir wirklich auch bewusst, das ist eines der wichtigsten Schlüssel in meiner langjährigen Beziehung. Dieses Einlassen auf das Anderssein des Partners. Und ihn nicht verändern wollen und ihn nicht irgendwo hinbiegen wollen, in eine Form pressen wollen, weil er nicht so ist, wie ich es gern hätte. Da sind wir wieder bei Standards und Erwartungen. All das sind ja Erwartungen, wenn ich mir erwarte, wie er zu sein hat. So wie du sagst, es gibt die Grundbasis. Das sind, weiß ich nicht, fünf bis maximal zehn Standards. Und das bedeutet, in meiner langjährigen Beziehung möchte ich respektvoll behandelt werden. Ich möchte das Miteinander spüren. Das sind für mich die Standards. Aber wie er ist, wie er lebt, wie er seine Vorstellungen hat von Leben, so darf er sein. Habe ich tausendmal schon als Beispiel gebracht, ob er jetzt da, keine Ahnung, ob die Zahnpastatube jetzt offen ist, der Kloteckel zu ist oder nicht, ist irrelevant für eine erfüllte Beziehung. Wenn es mich stört, dann gebe ich den Deckel runter. Aber daran scheitert es nicht. Und ihn so sein zu lassen, wie er ist und mich auf sein Wesen, auf sein Sein, auf seine, wie soll ich sagen, sein Bild von der Welt, mich auf das auch einzulassen, das ist das, was uns so sehr zusammenschweißt. Auch dieses, wie soll ich sagen, Einlassen auf seine Gefühlswelt. Wie fühlt er? Und dann kommt, da kommt mir jetzt gleich noch was Großes. Wie sehr wünschen wir uns Frauen, dass die Männer so ticken wie wir. Das ist ja auch so ein Riesenknoten. Wir wollen einerseits einen maskulinen Mann, der uns führt und leitet. Und gleichzeitig wünschen wir uns einen Mann, der über seine Gefühle spricht, der sich mit mir hinsetzt, der weich ist. Das ist ein Widerspruch. Wir dürfen uns auch auf die Männlichkeit einlassen, die so anders ist als die Weiblichkeit. Wir dürfen uns auf das Mannsein einlassen. Uns fasziniert mal dorthin schauen, wie die Männer anders ticken. Die Männer sind viel rationaler. Wir sind so emotional. Wir hätten gern einen Mann, der heimkommt und sagt, Ach, Schatzi, setz dich her. Wie geht's dir? Erzähl mir von meinem kleinen Tag. Ich erzähl dir jetzt von meinen Gefühlen. Ich erzähl dir jetzt von meiner Weiterentwicklung. Ich möchte jetzt auch, keine Ahnung, spirituell, pa, 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 pa sein. Wir wollen einen Mann, der so dickt wie wir Frauen. Das ist doch in Wirklichkeit ja unerotisch. Und das ist dann auch nicht mehr männlich. Aber gleichzeitig wollen wir aber schon einen Mann, der uns einlädt, der uns die Tür aufhält, der uns führt, der das Dating in die Hand nimmt. Aber er muss gleichzeitig natürlich auch über Gefühle sprechen können. Da dürfen wir mal hinspüren auch. Was erwarten wir uns da denn alles? Was muss er denn auch alles sein? Ganz genau. Und wie sehr unterdrücken wir da auch die Männlichkeit? Und wie schön ist es, wenn wir uns wirklich auch auf diese Männlichkeit mal einlassen? Weil das ist so sexy, so schön, so interessant auch. Ich liebe es, dass der Michi so anders ist als ich. Ich möchte keinen weichen, weiß ich nicht, freulichen Mann. Ich bin froh, dass er Mann Mann ist. Und er lässt sich auf mich als Frau ein und schenkt mir damit auch Raum, meine Gefühle auszudrücken und mein emotionales Leben, wie soll ich sagen, fließen zu lassen. Damit schenkt er mir den Raum. Aber er muss nicht so sein wie ich. Und ich muss nicht so sein wie er. Sondern ich darf in meiner Weiblichkeit sein, er darf in seiner Männlichkeit sein. Und da dürfen wir uns sowohl auf unsere Frau sein einlassen, als auch auf sein Mann sein. Ohne, dass wir ihn verändern wollen. Ohne, dass wir ihn irgendwie wohin pressen wollen, wie wir ihn gern hätten. Das ist nicht Standard. Das sind Erwartungen. Ich habe Erwartungen, dass du so sein sollst, wie ich es gern hätte. Und schieb aber alles weg. Ja, schieb alles weg, wie er eigentlich wirklich ist. Und lass mich nicht darauf ein, das zu entdecken. Weil es geht ja auch darum, das zu entdecken. Sich auch nicht auf den anderen einzulassen, bedingt auch immer wieder, wir haben es ja eh schon mal gesagt, aber das passt jetzt gut noch einmal rein, dass man sich selbst auf sich selbst noch nicht richtig einlässt. Und ich glaube, wenn du beginnst eben auch, ich finde das so spannend auch, auf dieses Mannsein dich einzulassen, bedingt ja auch parallel, ich lasse mich auf meine Frau sein ein. Und dadurch kommt das alles wieder so geil in Balance. Und je mehr ich noch denke, den anderen verändern zu müssen oder vielleicht sogar ihn beobachte, wo noch die Fehler sind oder wo wieder ein Fehler passiert, desto mehr lenke ich mich wiederum von mir selber ab. Das ist ganz, ganz wichtig und bin eigentlich nur im Außen und schaue, boah, was hat der schon wieder gemacht? Oh, was ist mit dem schon wieder? Und der hat schon wieder nicht verstanden, obwohl ich ihm gestern gesagt habe, ich hätte das gern und hat das schon wieder nicht umgesetzt. Was ist denn mit dir? Fokus zurück zu dir einmal in erster Linie bei diesen ganzen Themen, die im Außen sind und mal hinspüren, wo lasse ich mich noch nicht ganz auf mich selber ein? Wo habe ich persönlich eine Schutzmauer, wo lenke ich mich noch viel zu sehr ab im Außen oder bin voll in diesem Kontrollmodus auch drinnen? Ich versuche Situationen zu kontrollieren, weil wenn der anders wird, könnte ich ihn ja verlieren vielleicht. Es sind viele Glaubenssätze auch drinnen, ganz, ganz wichtig. Also da darf man immer ganz, ganz, ganz genau hinspüren und in sich selber hineinspüren. Oft hat man auch so hohe Erwartungen an sich selber, das ist auch so ein Thema. Also da wirklich auch da sich selbst als Geschenk machen, da sind wir wieder bei der wundervollen Selbstannahme auch. Ich verweise auf die wundervolle Podcast-Folge von uns, dass man sich auch wirklich selber lernt anzunehmen, wie man ist. Weil desto leichter ist es natürlich, dass ich den anderen dann wiederum annehme. Und je länger ich dann mal dumm doktor beim anderen, desto weniger werde ich dann bei mir ankommen können. Es ist einfach so. Ganz klar. Es ist wohl wahr. Und genau dieses, das ist so schön auch, was du sagst, die Kontrolle, die da drinnen steckt. Lasse ich mich ein, lasse ich die Kontrolle los? Und das ist gerade, gerade wenn wir lieben, da geht es ja um Hingabe. Ich gebe mich hin. Ich bin offen. Ich vertraue. Und ich lasse die Kontrolle los. Das ist Lieben. Ich kontrolliere nicht mehr meine Gefühle. Ich kontrolliere nicht mehr meinen Partner. Sondern ich gebe mich hin und ich vertraue, dass das passt, dass es fließt, dass das der natürliche Prozess ist. Dass wir uns natürlich entwickeln, dass wir natürlich zusammenwachsen. All das ist Lieben auch. Und gerade wenn man so ein vernunftgeleiteter Mensch ist, der alles kontrollieren möchte, genau die, denen fällt es ja dann doppelt, dreifach, millionenfach schwer, sich einzulassen. Weil wenn ich mich einlasse, verlieh ich die Kontrolle. Und genau das macht es aber aus. Ganz genau. Weil wenn wir nämlich die Frage hernehmen, wie lasse ich mich auf die Liebe ein, das wäre nämlich auch eine meiner Fragen gewesen, ist zum Beispiel eine der Antworten, lass mal die Kontrolle los. Und eigentlich ist das automatisch und dann fliegt es schon in die Richtung. Ich habe mir auch heute wieder gedacht, weil wir eine Nachricht bekommen haben, das passt nämlich auch so gut dazu, das Thema oder die Themen beispielsweise. Bei mir geht sich das nicht mehr aus, dass ich den richtigen finde. Ich bin schon entweder zu lange alleine oder schon zu alt oder was auch immer die Glaubenssätze dahinter sein mögen. Das ist auch etwas, wo du noch sehr viel in der Kontrolle bist, sehr viel in Angst gesteuert und sehr viel weit weg vom Vertrauen. Weil auch da diese Glaubenssätze lösen zu können, bedingt unter anderem zu sagen, hey, obwohl ich jetzt vielleicht schon lange alleine bin, lasse ich mich auf die Liebe ein und vertraue, dass das Richtige zum richtigen Zeitpunkt kommt. Auch beim Thema Kinderwunsch, was heute wieder ein Thema war. Dieses Thema mit, ich kann jetzt nicht mehr so lange warten auf den richtigen, bitte, weil ich möchte auch noch Mutter werden, was wir total nachvollziehen können. Und die biologische Uhr tickt und so weiter und so fort. Aber ich lasse mich darauf ein und bleibe im Vertrauen, dass sich auch dieser Wunsch für mich erfüllt, weil ich dem Leben vertraut, im Universum, mir selber und ich mich einfach mal einlasse, macht das Ganze schon viel leichter, weil du das dann auch nicht mehr so krampfhaft kontrollierst, dieses Thema. Weil natürlich ist es ein Riesenwunsch, der so viel Gefühl, Emotionen bedingt. Das ist überhaupt kein Thema. Aber man hat auch hier immer wieder die Wahl, wie ich mit diesem Wunsch umgehe. Mache ich zu, indem ich sage, für mich wird das sowieso nichts mehr, ich habe keine Zeit. Verspann mich, mach zu oder mach auf und geh rein ins, okay, ich vertraue, es kommt, es wird kommen, ich weiß es, es kommt das oder etwas Besseres für mich. Dann machst du auf. Das Leben kann besser fließen auch. Und du wirst leichter beschenkt. Weil du im weiblichen Empfangsmodus bist. Weil du lässt dich nicht nur ein, sondern du lässt auch viel los. Und zwar Dinge und Ballast, den du nicht brauchst. Und das ist halt auch oft einfach selbst kreierte, auferlegte Glaubenssätze natürlich. Wie zum Beispiel, und das ist einem sehr häufiger, bei mir geht es nicht mehr aus. Und wir versprechen und garantieren, es geht sich bei allen aus. Weil darum geht es nicht. Und genau bei dem Gedanken bist du ja auch im Widerstand. Genau. Du bist, du arbeitest in Wirklichkeit, das ist so grotesk. Eigentlich bin ich in der Panik, fuck, 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 das geht sich nicht aus. Aber genau durch diese Energie leiste ich selbst Widerstand gegen diesen natürlichen Fluss. Also ich sperre mich selbst in Wirklichkeit, wenn ich nicht, wenn ich es mir nicht erlaube zu vertrauen und nicht erlaube. Es ist schwer, gerade bei dem Thema, das ist ja vollkommen verständlich. Aber wie sehr wünschen wir uns, dass wir wirklich das mitgeben können, dass es geht, so wie du sagst, es geht sich aus. Du darfst wirklich loslassen, du darfst dich hingeben, du darfst dein Ding machen. Es wird so sein. Es wird so sein, wie es für dich bestimmt ist. Und wenn du es bestimmt bist und dein großer Wunsch ist, Kinder zu bekommen, dann wird das sein. Und wir haben das bei so vielen Erlebnissen eh schon so oft gesagt. Aber genau um diese Dinge geht es halt einfach auch. Ich möchte noch ein weiteres Beispiel bringen, was mir einfällt, auch aufgrund einer Nachricht. Weil ich auch nochmal hier, das ist immer so ein bisschen heikel, wenn wir so Sachen erzählen, lass dich ein, lass dich ein. Weil ich höre dann schon so ein paar unserer liebsten Frauen, die da so in so Affären, Freundschaft plus und so weiter drinnen hängen. Aha, ich muss mich noch mehr einlassen, noch mehr auf die Affäre. Ich muss noch mehr drinnen bleiben in der Freundschaft plus, die jetzt eh schon, ah ja geht und wir nicht weiterkommen. Weil ich spüre ja, irgendwo ist der Richtige. Und ihr habt es jetzt gesagt, ja einlassen, nicht loslassen, reingehen weiter. Da möchte ich bitte nochmal ganz klar auch an unsere Eigenverantwortung und auch an unsere, wie soll ich sagen, an unser tiefstes Gefühl in uns hier bitte verweisen, dass uns sehr wohl sagt, hoppala, da wird ein Standard nicht erfüllt. Weil wenn ich an einem Brüsselverteiler hängen bleibe, wenn ich schon ewig in einer Affäre drinnen hänge, wenn ich in einer Freundschaft plus drinnen hänge, sind das nicht erfüllte Standards für eine Frau, die sich eine feste Liebesbeziehung wünscht. Und da ist bitte nicht, ich lasse mich noch mehr ein auf den, sondern ich lasse mich noch mehr ein auf mich, ich lasse mich noch mehr ein auf meine tiefste Wahrheit, die mir sagt, das ist mir zu wenig. Das ist nicht richtig. Wenn der in einer Beziehung ist, in einer anderen oder wenn der nicht bereit ist, sich einzulassen, dann ist er nicht der Richtige. Ich möchte das bitte zwischendurch kurz betonen. Nein, unbedingt. Das ist nicht unser Appell, jetzt lass dich ein auf eine ungesunde Beziehung, auf eine Beziehung, wo du nicht das große Ganze bekommst, sondern das ist unser Appell, lass dich auf dich ein und horch bitte da ganz genau auf deine Standards. Und lass die los. Ganz genau. Gegenteil bitte, ja. Also nicht die Standards los, sondern lass die Haberer los. Nein, die Beziehung, die nichts weiterbringt. Weil, wenn du dich so schön ansprichst, auch vielleicht noch einmal gleich ganz klar ausgesprochen, zwei Standards, er ist frei für eine Beziehung und er ist bereit für eine Beziehung. Ob er dann sportlich, unsportlich ist oder sonstige Geschichten nicht mitbringt, das ist nicht relevant. Aber frei und bereit. Und Freundschaft Plus ist nicht frei und bereit. Affäre ist nicht frei und bereit. Ein Bröselverteiler ist definitiv nicht schon gar nicht bereit. Vielleicht ist er frei, aber sicher nicht bereit. Sonst würde er dort nicht Brösel schicken, sondern ein sieben Gänge Luxusmenü. Genau. Das ist nicht die Einladung, dass du jetzt noch mehr tun sollst. Du das Menü machst. Okay, ein Brösel, ich mache ein Menü draus. Also für uns gerne mal. Ja, du kannst gerne zu uns kommen und mal ein großes Menü dort zaubern. Da sind wir immer dabei beim Essen. Aber nicht für die Männer da draußen, die einfach nicht frei und nicht bereit sind. Und das ist ein Standard und nicht irgendwie irgendwas, wo wir noch mehr tun sollten und uns noch mehr einlassen sollten. Ganz genau. Genau, da dürfen wir rein. Da dürfen wir. Weil einlassen bedeutet ja auch loslassen. Hängt ja ganz viel damit zusammen. Und umso mehr ich mich auf mich selbst einlasse, spüre ich auch, wo und wann es Zeit ist, loszulassen. Ganz genau. Das impliziert das automatisch. Lasse ich mich voll auf mich ein, auf mein Herz, auf mein Gefühl, auf meinen Prozess, auf meine Wünsche, auf meine Sehnsüchte, auf meine Standards. Wenn ich da voll drinnen bin, spüre ich sowieso, wo ist ein Red Flag, wo ist Zeit, loszulassen, wo ist es Zeit, Dinge zu beenden. Das spüre ich dann und lasse ich mich ein, höre ich es auch, spüre es nicht nur, sondern höre es auch und bin auch bereit, da dann Schritte zu setzen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das bedeutet auch, weiterzugehen manchmal. Ja, und sich einzulassen, obwohl man vielleicht aufs Bobschall fallen könnte, tatsächlich. Das ist auch so etwas. Ich glaube, das ist auch etwas, was uns oft versperrt, was ich natürlich auch oft nachvollziehen kann. Ich habe Angst, mich einzulassen, weil ich will nicht wieder verletzt werden. Aber da, wenn dieser Satz kommt, bist du in der Kontrolle. Da machst du zu. Und ich glaube, oder ich weiß, wir wissen, egal was ist, wirklich, wir versprechen das gerade, hoch und heilig. Wenn du dich dazu entscheidest, dich einzulassen, wirst du nicht scheitern. Entweder kommen Dinge ans Licht, die klarer sind, die du besser verstehst, ein neuer Weg, der sich lichtet, ein alter Weg, der zurückkehrt. Man weiß es nicht. Aber wenn du dich einlässt, ich glaube, gerade dann, wenn wir sagen so oft, das Leben ist leicht und es darf schön sein. Das hast du so schön gesagt, doch. Das Leben ist leicht. Ja, voll. Genau so ist es. Ja, genau. Da kommt gleich dieses Gefühl. Das ist die Leichtigkeit da drinnen. Das Leben ist leicht. Dieses bedingt auch, und darauf höre ich jetzt hinaus, ich lasse mich auch darauf ein. Deswegen ist es leicht. Das macht es ja so auf. Und wenn ich kurz unserem Jahresmotto wieder aufgreifen darf, weil das ist mir nämlich auch so bewusst worden in den letzten Tagen, dieses Ich scheiß mir nix. Das ist ein Leiberl drunter. Ja, schau, wir haben nämlich hier ein Leiberl jetzt, gell? Für zwei. Die Lila hat für uns ein Leiberl designt. Ja, damit wir Ich scheiß mir nix in die Welt tragen können. Und Ich scheiß mir nix ist ja unser Jahresmotto, wie gesagt. Wir haben es, glaube ich, eh schon einmal erwähnt, aber jetzt noch einmal ganz genau da rein. Was bedeutet Ich scheiß mir nix, Steffi Lein? Ja, es bedeutet in Wirklichkeit, sage ich da ehrlich, wir zwar lassen uns ein, egal was kommt. Auf alles, was jetzt kommt. Und ich scheiß mir nix, ich erzähle jetzt kurz unser Hobby, wenn ich darf. Na sicher. Weil wir das so oft schon angeschnitten haben und das auch so gut da reinpasst. Steffi und ich haben ein neues wöchentliches Hobby seit eh schon mehreren Monaten. Viel mehr als ein Hobby, ja. Das ist schon mehrere Monate jetzt. Das ist eine absolute Leidenschaft. Das ist eine Leidenschaft worden, ja. Dank der Steffi habe ich mich nämlich, es geht ums Rollschuhfahren, ich spreche es jetzt einfach mal aus. Das ist eine absolute Leidenschaft. Und die Steffi ist unsere Profi-Rollschuhfahrerin. Du, machst du schon, seitdem du klein bist. Aber ich will es nur kurz auch, oh ja, wirklich. Und ich habe es jetzt ganz neu angefangen zu lernen in Wirklichkeit. Aber diese ganze Geschichte hat so viel mit Einlassen zu tun, finde ich auch. Weil ich weiß noch, wie du mich angerufen hast und gesagt hast, Lila, Rollschuhfahren ist so cool. Du hast da damals die Rollschuhe bestellt, gell, weißt du noch? Ich erzähle einmal meine Version dieser Geschichte. Und du hast mich halt dann angerufen und hast dann gesagt, Lila, bitte, probier das aus, probier das aus. Und ich habe mir dann gedacht, uh, weil ich habe mich immer angegackst vom Rollschuhfahren, beziehungsweise auch vom Inlineskaten. Das war als Kind schon nicht lustig, finde ich. Das war immer ein bisschen ein kleiner Schässer, muss man auch sagen. Wir fahren aber Rollschuhe, würde ich sagen. 80er Jahre, vier Räder, ja, nicht Rollerblades, sondern nicht stylische Rollschuhe. Das Leibende, natürlich, eh klar. Aber ich habe mir damals auch gedacht, das ist so spannend, dieser ganze Prozess. Okay, der Steffi taugt es, ich weiß mir zu zweit jetzt, uh, lustig. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, aber ich lasse mich drauf ein. Das liebe ich so an dir wirklich. Und habe damals diese Rollschuhe bestellt mit dir gemeinsam. Sofort auf der Stelle, die waren ein paar Tage später da. Das ist so schnell gekommen. Und dann quasi daraufhin, ein paar Tage später, waren wir Rollschuhefahren. Und das macht irrsinnigen Spaß. Das ist jetzt mal die Kurzversion. Und da ist auch diese, ich gebe mal dir das Mikrofon dann weiter, weil zum Thema, ich scheiße mir nichts, es kommt ja von dir. Diese weisen Worte, die kamen dann aus dir raus. Und das ist ja noch so etwas, wo wir jetzt gerade daran arbeiten, finde ich, dass wir uns da auch beim Rollschuh fahren. Aber das ist so ein Symbol fürs Leben auch. Noch weniger scheißen. Ich soll es. Ich finde es schön, dass du jetzt das als Beispiel bringst, weil halt dieses wirklich eine gute Metapher auch ist für das Ganze. Weil da viel drinnen steckt. Es steckt natürlich das drinnen auf etwas Neues sich einlassen. Ich bin ja auch seit 20, 30 Jahren nicht mehr noch auf Rollschuhe gestanden. Und irgendwo kam der Impuls. Ich bin meine ganze Jugend, meine Mama sagt das auch immer, zwischen meinem sechsten und fünfzehnten Lebensjahr hat man mich eigentlich nur auf Rollschuhen gesehen. Ich bin überall mit den Rollschuhen hingefahren, die habe ich damals von meinem Cousin bekommen. So wirklich 80er Jahre, coole Rollschuhe. Und habe das geliebt. Und irgendwann hörst du ja damit auf. Es kommt eine Debatte, die Zeit und die Burschen und keine Ahnung. Da fährst du halt nicht mehr mit der Rollschuhen um. Und irgendwo kam das dann wieder in mich, wirklich so eine Eingebung. Und haben wir die bestellt und haben mich draufgestellt. Und natürlich fahre ich nicht wie damals mit 15, wo ich mir wirklich damals überhaupt nichts geschissen habe. So war ich dann als Jugendliche oder als Teenie auch. Natürlich scheiße ich ein bisschen an, weil halt alles ein bisschen wackelig ist. Mit meinen über 40 Jahren ist das ja auch nicht mehr so ohne. Aber das ist so das Gefühl, sich auf etwas Neues einzulassen. Und es ist ja nicht nur so. Also erstens einmal löst das dieses Einlassen auf etwas Neues. Dieses Rollschuhen impliziert ja ganz viel. Es impliziert Leichtigkeit, Freude, Spaß, sich einlassen, etwas Neues lernen. Es ist so viel drinnen in dem Ganzen in Wirklichkeit. Und es war so schön für mich, dass ich dich mit meiner Freude, die ich damit habe, so anstecken konnte. Und dass du so, das liebe ich einfach an dir so sehr, dass wenn ich dann sage, hey komm, hau dich mit rein und du keine Sekunde überlegst und sagst, oder ja, okay, passt, ich habe keine Ahnung, scheiß mich voll an. Aber ich mache das jetzt mit dir, weil ich mich auf dich auch einlasse, Steffi. Und auf das, was da kommt, einlasse. Und weil du mir vertraust da einfach auch. So wie heute beim Podcast. Ich vertraue da und lasse mich voll darauf ein, was da jetzt kommt, was du mir da jetzt unterbreitest für ein Thema. Und so ist es halt einfach beim Rollschuhfahren. Und für uns ist halt da ganz viel drinnen, auch mit dem ich scheiße, man nix. Weil man natürlich, ich meine, wir sind, die Lila geht langsam auf den 40er zu, die hat dann noch Zeit. Und ich habe langsam auf den 40er überschritten ein paar Jahre. Aber es ist halt da schon nicht so easy cheesy. Also wir haben natürlich unsere Schutzausrüstung und so Geschichten und haben uns sogar einen Turnsaal gemietet einmal die Woche, wo wir uns da wirklich ganz allein vollkommen ausleben. Aber es sind natürlich Hürden und Grenzen, die wir überschreiten. Weil wenn du mal vorwärts fährst, das musst du einmal hinkriegen. Und dann probieren wir jetzt rückwärts zu fahren. Ja, trau dich einmal rückwärts zu fahren und du kannst das nicht. Trau dich einmal, sich zu drehen. Trau dich einmal, den Fuß über Kreuz rüberlegen. Trau dich einmal, Bubbles machen. Ja, und Sissers. Da kommen die Sissers her. Wir haben es euch irgendwann nur kurz gesagt im Podcast und dass sich keiner auskennt, was die meinen. Das war's. Wir reden von Rollschuh-Sissers. Das ist eine Übung beim Rollschuhfahren, ein Move sozusagen. Und wir schauen uns ja tausende YouTube-Videos an und wollen ja tausend Sachen ausprobieren und können, was wir noch gar nicht können, was aber gar nichts macht, was um das gar nicht geht. Wir müssen dort noch gar nicht sein. Aber wir lassen uns darauf ein. Und dieses Ich scheiß mal nichts, das trainieren wir halt gerade. Weil wir natürlich gerade beim Rollschuhfahren, wenn du geradeaus fährst und dann eine Drehung machen willst, musst du einmal nichts scheißen. Und du musst dir ja trauen, dass dir am Arsch haut. Ganz genau. Dass dir aufprackt. Und wenn du da immer in der Angst bleibst oder gegen den Widerstand oder den Widerstand nicht überschreitest, dann kommst du auch da nicht weiter. Und da ist halt einfach Ich scheiß mal nichts. Und ich möchte noch eins dazuholen zum Ich scheiß mal nichts. Und einlassen ist ja auch unser ganzes Buchthema. Wir sind ja in einem komplett neuen Metier. Nee, es ist ein komplett Buchautorinnen zu sein, ist ja etwas ganz anderes, als wir jemals gemacht haben. Wir sind ja keine gelernten Buchautorinnen, sondern wir kommen ja aus einer ganz anderen Richtung. Und zwar eher so die psychologische Richtung und Coaching und Liebe und diese ganzen Sachen. Und das schreiben wir da einfach ein Buch. Und da sind wir einfach auch dieses Scheiß mal nichts. Das ist ja auch daraus entstanden, dass wir wissen, wir haben ja auch einen wundervollen Verlag. Wir werden einmal ganz in Ruhe auch über das Buchthema sprechen. Das müssen wir mal alles. Das war so arg auch. Und dank unseres Einlassens ist das auch alles einfach zu uns geflossen. Aber wir wissen einfach auch, dass das Buch jetzt da mit dem Verlag, das kommt natürlich auf eine ganz andere Ebene. Und dann erwarten uns Dinge wie vielleicht Fernsehinterviews, keine Ahnung, Autogrammstunden, Lese, Vorlese, wie sagt man das? Ich weiß ja das alles gar nicht mehr. Lesungen, ja. Lesungen, ja. Diese ganzen Geschichten. Und das sind alles neue Dinge. Und das sind auch jedes Mal Komfortzone verlassen. Und wir haben für uns heuer das Motto, wir scheißen uns nichts und hauen uns voll rein. Egal was auf uns zukommt. Ganz genau. Wir machen es. Und das ist einfach dieses Ich scheiß mal nichts. Und genau das betrifft jetzt nicht nur das Rollstuhlfahren oder uns jetzt als Buchautorinnen und diese ganzen Geschichten, sondern es betrifft einfach das gesamte Leben und die Liebe und die Beziehungen. Und da darf man sich mal vollkommen einlassen und sich nichts scheißen, bitte. Stefanie, dass du das so schön auf den Punkt gebracht. Ich glaube genau das ist eigentlich der Schlüssel dieser Folge, um das auch ein bisschen vielleicht langsam auch abzuschließen. Weil genau darum geht es. Lass dich ein. Lass die Kontrolle los. Vertraue dem Leben. Lass es flutschen und flohen, dass es nur so borscht. Habe keine Angst, dass es dich auf dein Popschuh haut. Ob mit oder ohne Rollschuhe. Beziehungsweise habe ich Angst, aber scheiß da nichts. Scheiß da nichts. Geh drüber mal. Ich bin der größte Scheißer, wenn es ums Hinfallen geht. Ich habe die volle Fallangst. Immer wieder. Oder immer schon gehabt. Sagen wir es mal so. Und beim Rollschuhfahren ist es auch wirklich immer wieder ein Thema, dass du nicht weißt, was passiert. Aber, und ich glaube, das ist auch noch einmal diese Metapher. Aber wenn du dich darauf einlässt, dass du fallen kannst, wirst du aufgefangen. Und das ist, glaube ich, auch so wichtig für die Liebe. Lass dich in die Liebe ein. Sie wird dich auffangen. Das Leben genauso. Das Universum genauso. Und wie du dich einlässt, um das noch einmal zu beantworten. Weil natürlich jetzt wieder viele Fragen werden, ist natürlich einerseits die Kontrolle loszulassen. Aber auch andererseits würde ich auch sagen, sich wirklich zu entscheiden, sich nichts zu scheißen. Und entscheide dich einfach mal dazu und schau, was passiert. Und vor allem sei dann auch nicht nur überrascht, sondern bereit für Geschenke. Nur ich persönlich habe durchs Rollschuhfahren und durch das ich scheiß mal nix in den letzten paar Wochen so viel für mein Leben gelernt. Wirklich. Grenz genial. Und wir beide sind absolut dafür, wie soll ich sagen, wir sind ja auch genau die, die immer mehr lernen wollen. Wir wollen ja noch mehr wissen, noch mehr uns aneignen, noch mehr, uh, noch mehr uns nicht scheißen, noch mehr Spaß haben dabei. Hab Spaß dabei auch am Einlassen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Auch wenn es dich ein bisschen anbrunst. Ich möchte das Bild noch des Hinfallens nochmal auch aufgreifen. Weil es gibt auch die Variante, du fährst am Arsch und wirst nicht aufgefangen. Was passiert dann? Nichts? Dann sitzt du einmal am Arsch. Gar nix. Dann sitzt du einfach am Arsch und dann stehst du bitte wieder auf. Mehr ist nicht passiert. Ja. Ganz genau. Und das darf man sich auch mal bewusst machen. Es passiert ja nix. Es ist kurz einmal eine Aua, kurz einmal ein bisschen einen blauen Fleck am Popschal. Aber es ist nix passiert. Aber du lebst, du spürst dich, du bist lebendig, du bist über eine Grenze gegangen. Du hast Dinge gemacht. Urgeil. Ja, genau. Urgeil. Und auch als Single, um diese Metapher da auch ins Single-Leben nochmal reinzubringen. Es passiert auch nix, wenn der Typ, den du gerade tätest, es nicht ist, dann ist der Nächste vielleicht. Auch da. Auch wenn es wehtut, keine Frage, aber es passiert auch nix. Du hast dich darauf eingelassen und er ist es leider nicht. Aber das heißt nicht, dass du für ihn mal übrig bleibst. Rufezeichen. Sondern, dass es der Nächste sein kann oder was viel Besseres auf dich wartet. Und vor allem das Universum, was viel Besseres für dich vorbereitet hat, bitte. Aber ganz arg. Da kannst du dir noch nicht einmal gerade vorstellen, wie arg das wird. Und sich darauf auch einzulassen, dass das Beste passieren wird. Das ist der Shit, sage ich euch. Sagen wir euch. Sagen wir dir. Schönste Frau, die hier bei uns ist. Also ich würde fast sagen, dieses Einlassen ist wirklich der Schlüssel für eigentlich ein erfülltes Leben. Definitiv. Einmal so. Das ist der Schlüssel auch für viel Energie. Für ein hohes Energielevel. Das ist der Schlüssel für viel Freude, viel Fülle. Viel erfüllte Beziehungen. Sonst, ja. Mit diesem, lasse ich mich nicht ein, verwehre ich mich vor dem Ganzen. Ich blockiere, ich sperre mich. Ja. Und genau dann fließt es natürlich nicht. Genau. Lasse ich mich ein, ist der natürliche Fluss des Lebens, der treibt uns eh dahin. Dann flutscht uns eh nur ein. Das ist wie so ein Fluss, stelle ich mir da gerade so vor, so ein Rüstiger. Wir haben unsere ganz dicken, ganz gemütlichen, dicken Reifen, wo wir da drin liegen und lassen uns da wirklich von den Strömungen da treiben. Und dann werden wir plötzlich zu so einem ruhigen Flussbett, zu so einem, weiß ich nicht, so einem Ufer, werden wir hingespült und da haben wir plötzlich die schönste Insel und auf dieser Insel gibt es die schönsten Früchte und Beeren und Männer und keine Ahnung. Eine Bar mit ein paar guten Cocktails. Und eine Bar nackte Männer, die uns da mit, wie sagt man da so, Palmenwedel da so schön und Trauben füttern, die uns abtrocknen, unsere nassen Schellen, unsere schwitzigen, so stellen wir uns das vor. Ja, aber ich sperre mich, ja, und versuche die ganze Zeit dagegenrudern, braucht das urviel Kraft und Energie und ich werde dort nicht hingeführt, weil ich die ganze Zeit dagegenrudere. Na, lass fließen, lass dich mal ein, hör auf mit dem Kontrollfreak sein. Du brauchst nichts kontrollieren. Auch nicht die Hausaufgaben von deinem Kind. Brauchen wir auch nicht. Das ist nicht wichtig. Wirklich, lass ihn frei, lass ihn fließen und trau darauf, dass dir das richtig ist. Aus dem, was wird, ja. Auch nicht die Kalorien, by the way, sammeln sich die, glaube ich, solche Sachen. All diese Dinge, die einen so viel einsperren, unser eigenes Gefängnis erbauen, um es jetzt auch mal brutal auszudrücken, aber es ist einfach so, ja. Also lass es fließen, würde ich sagen. Wirklich. Hast du noch einen Impuls, der raus will, Steffi? Ja, ich will noch einen Satz noch als Abschluss, weil es mir noch kommt, das ist, einlassen ist auch, ist gleich Freiheit. Darfst du es aber wirklich so, ja? Ich sage ja, ja. Das ist, das macht es frei. Frei für, und jetzt kommt noch ein schönes Wort von uns beiden, das spreche ich jetzt mal aus. Das ist frei für das große Ganze, wo alles, was du dir jemals gewünscht hast, erfüllt ist. Warte, hau ich jetzt noch ein paar Häschen mehr, so ein Kuss, 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 Kuss. Was nicht heißt? Wir lieben dich. Wir machen das so gerne, das ist auch du Spaß. Jetzt hören wir uns wieder gegenseitig nicht, das ist mir so lustig, weil wenn wir flüstern, hören wir uns gegenseitig nicht, aber wir kriegen es trotzdem gut hin, gell? Ja. Das ist so. Scheinbar. Scheinbar. Also, so hat es gut akzeptiert. Es hat Spaß gemacht. Ja. Genauso wie diese Folge, es war wundervoll, wundervoll. Es war ein mega schönes Thema. Ich liebe es wirklich. Und weißt du, was der erste Satz war? Ja, voll, genau der. Bevor wir angefangen haben, haben wir noch geredet, kurz da, 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 da. Und dann war dein Satz, ich lasse mich jetzt einfach drauf ein. Und ich habe mir gedacht, oh, da ist das geil. Darum geht es heute? Sie weiß es schon. Da ist es. Ich habe schon spürt. Und genauso geht es mir bei dir. Und das ist auch das, finde ich, was unsere Freundschaft definitiv auch ausmacht. Wir lassen uns extrem aufeinander ein, um jetzt noch eine weitere Stunde über unsere Freundschaft zu reden. Nein. Aber das liebe ich so sehr an uns beiden. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und ich liebe auch unser Leben sehr. Und auch das, was das Leben uns die ganze Zeit schenkt, weil wir uns einfach ständig wieder drauf einlassen. Und das Beste ist, wenn du dich einlässt, brauchst du wirklich nichts mehr tun dafür. Aber das Leben schenkt er von selbst. Er kommt von ganz allein. Auf einmal kommt da wieder was und dann kommt da wieder was und dann kommt da wieder was und dann denkst du, oh cool. Ja, danke, danke, danke schön. Ja, nehme ich, ja, nehme ich auch, nehme ich auch. Also es zahlt sich aus, gell? Um es nochmal auf den Punkt zu bringen. Danke, Staffilein. Ich wollte Schatzilein sagen eigentlich, dass du dich so einlassen hast, dass wir da so zusammen sind, wir drei hier. Das war eine wunderschöne Folge. Ich bin sehr gespannt auf die Rückmeldungen. Ich will alles hören. Wir wollen alles von dir hören. Und ja, jetzt wird's arg. Wenn du dich drauf einlachst, jetzt wird's wirklich arg. Also Folge 115 ist jetzt einmal der absolute Erbrechen. Das ist ganz schlimm. Jetzt wird's ganz wüt. Definitiv. Gell? Definitiv. Ist so. Also, ich würde gerne heute mal wieder, weil es mir jetzt einfällt, mich voll drauf einlassen und alle unsere wundervollsten Zuhörerinnen bitten, inständig bitten, ganz normal bitten, einmal wieder vielleicht ein paar Sterntal abzugeben. Bitte. Nicht ein paar Fünf. Bitte. Aber wenn's Zehn gibt, Zehn natürlich, gell? Nein, aber bitte. Bewerten. Das wäre cool. Sterne abgeben, abonnieren, folgen. Weiter empfehlen. Ja, weiter empfehlen. Durch die Welt. Bitte. Das hilft uns am aller, aller, allermeisten weiterzuwachsen und noch mehr wundervolle Frauen zu erreichen, was wir uns sehr, sehr, sehr wünschen, weil wir einfach so lieben, diese Liebe verbreiten zu dürfen und euch wirklich in euren Prozessen anzustoßen, lieben wir sehr. Und da dürfen noch ein paar dazukommen, weil wir davon überzeugt sind, wir da schon die Welt ein bisschen verändern. Unsere kleine Welt, unser kleines Umfeld, was gar nicht mehr so klein ist, weil wenn man sich unsere Downloadzahlen anschaut, ist es ein Wahnsinn. Das packe ich ja nie. Wirklich. Wie viele Tausende. Das werde ich nie greifen können. Ich auch nicht. Sich das alles anhören. Aber wie schön ist das, weil das einfach viel verändert und viel bewegt und wir einfach alle viel mehr in die Leichtigkeit kommen, in die Liebe kommen. Und auch diese eine Geschichte, ich muss jetzt ganz kurz, vielleicht kurz erwähnen, weil es so schön jetzt wieder ist und eine Lehrerin geschrieben hat, dass sie mit den Schülern, mit ihren Schülern so eine schöne Übung gemacht hat. Ich muss kurz vorlesen, das tut mir einfach nicht, aber es ist so schön. Das berührt uns einfach so sehr. Also ich bin Lehrerin und habe gerade mit meiner ersten Klasse im Kreis gesessen und mit ihnen zusammen gespürt, dass wir alle die Zauberpower, Kraft, Liebe in uns haben. So viel wir wollen, wir haben uns mit Liebe aufgefühlt wie ein Luftballon. Dieser Moment war einzigartig und voller, voller Nähe. Dank euch bringe ich die Liebe auch in die Schule. Und das ist für uns einfach das schönste Geschenk. Das Gänsehaut, da steigen wir die Tränen auf. Das ist das Allerschönste, wenn wir sowas zu lesen bekommen. Also wie schön ist das, wenn sich da die Liebe so verbreitet. Also jetzt auf uns zu teilen und uns zu empfehlen. Unbedingt. Und selber die Liebe zu verbreiten. Hört es nicht auf, eure Liebe zu verbreiten, bitte auch. Das ist auch ganz wichtig. Und euch mit Liebe zu fühlen wie ein Luftballon. Das ist so schön auch, wirklich. Also es. Danke, danke, danke. Danke, 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 danke. Für dich, schönste Frau, dass du bei uns bist, die wir so sehr lieben, wirklich. Und die wir so bewundern und schätzen und so spüren auch. Ist einfach so. Und jetzt zum Abschluss bleibt uns noch eines zu sagen. Liebe Bussi Papa. Liebe Bussi Papa. Seit Sempre zu gerne sein. chickens in